Hallo, 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 Klaus, so. Zuallererst möchte ich mich bedanken bei dir, lieber Michael. Ich möchte mich auch bedanken bei dir, lieber Werner. Auch wir wollen den Steuerbetrug. Runke. Der Fallmann war's. Wenn jemand eine Leistung erbricht. Das ist wie beim Genmau zwei Füße, welcher ist jetzt der wichtiger? Was du nicht willst, dass man da tut, sollst du keinem anderen tun. Die Überraschung sollte sein, dass wir mit einem guten Team antreten. Ein Polish-Team. Waren Sie auch in Ibiza? Welcome, friends of Arnold Schwarzenegger. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, oder? Und ich sag Ihnen, was 2018 sein wird. Ich werde die SPÖ wieder an die erste Stelle führen. Unka. Vielen Dank. Vielen Dank.